Hallo und herzlich willkommen zu Wort und Musik hier in der Kirchengemeinde Heide zu unserer Wochenendandacht. Wir sind beisammen und wollen einen kleinen Moment auf Musik hören, auf Worte hören. Uns begleitet jetzt in diesen Tagen der Dichter und Theologe Dietrich Bonhoeffer mit verschiedenen Texten, mit Gedanken dazu und das alles gerahmt in unserem gewohnten Rahmen. Wir beginnen. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Ein Ostertext von Dietrich Bonhoeffer aus seinen Anfangsjahren nach dem Studium, die Zeit von Vikariat und Aufbruch nach Amerika. Gedanken zu Ostern, zu einem kleinen Osterabschnitt, einem der Ältesten aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 17. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Bonhoeffer sagt dazu, ein gefährlicher Ostertext. Denn wenn wir ihn uns genau ansehen, uns von ihm beeindrucken lassen, so könnte es sein, dass er uns um unsere ganze Osterfreude bringt. Und so scheint es, als schicke es sich nicht, an Ostern von so ernsten, so gefährlichen Dingen zu reden. Und doch, es gibt unter den christlichen Festen nicht eines, das uns nicht, wenn wir es ganz ernst nehmen, bedrohlich ansieht. Unsere ganze Existenz und unser gesamtes geistiges Sein wird angegriffen und vor Gericht gezogen, vor die Entscheidung gestellt. Von der Weihnachtsbotschaft nicht anders wie von der Ostergeschichte. Nur dann aber, wenn wir den Angriff immer von Neuem aufs Tiefste auf uns wirken lassen, können wir seine Herr werden und etwas von der eigentlichen Osterfreude, die alles andere ist als Sentimentalität, verspüren. Ist Christus nicht auferstanden, dann ist unser Glaube eitel. Das heißt weiter, dann leben wir noch in Schuld gegen Gott. Das heißt zuletzt, wir sind die elendsten Menschen auf der Erde. Mit anderen Worten, ist Christus nicht auferstanden, dann ist der Stützpunkt, der unser Leben trägt, hinweggezogen und alles bricht zusammen. Unser Leben verfällt der Sinnlosigkeit. An Ostern hängt unser Leben, sagt uns Paulus. So legt Dietrich Bonhoeffer dieses kleine Pauluswort aus dem ersten Korintherbrief aus. In aller Ernsthaftigkeit, in aller Radikalität. Wenn wir uns nicht auf die Bibel, auf Gottes Wort gründen, auf die Zusage, dass Christus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, dann fehlt unserem Glauben, dann fehlt unserer gesamten christlichen Existenz die Grundlage. Und dann wäre es, als würde der Glaube gar keine Rolle spielen und wir leben einfach so vor uns hin. Dann würde zu Ostern, zu Weihnachten alles nur um eine schöne Fassade, um ein gemütliches Gefühl gehen. Dagegen verwehrt sich Dietrich Bonhoeffer. In diesen Jahren zwischen 1928 und 1931 ringt er mit seiner akademischen Herkunft, mit seiner intellektuellen Umgebung, in der er wirklich hochbürgerlichen Umgebung, in der er groß geworden ist und in der das große Feiern von diesen Festen eine Selbstverständlichkeit war. Er setzt sich damit auseinander und er kommt nach und nach zu der Gewissheit, dass so etwas wie Sentiment, Gefühlsbestimmtheit, dass all das etwas ist, was dem Glauben eigentlich entgegensteht, beziehungsweise ihn zumindest zu vernebeln droht. Er setzt darauf, dass der Glaube etwas ist, was sowohl den Intellekt wie den Kern der Person betrifft. Wenn es uns nicht ganz und gar betrifft, dann ist der Glaube unwichtig, irrelevant. Es ist ihm wichtig, er ringt damit und im Laufe seines Lebens wird ihm immer klarer, dass er wahrscheinlich eine größere Ernsthaftigkeit der christlichen Existenz, der Existenz vor Gott und dessen sich ganz auf ihn allein zu werfen und ihm zu vertrauen im Leben wie im Sterben, dass dafür viel an kulturellen Errungenschaften seiner Herkunft dem eher im Wege stehen und dass er eher die Nähe sucht von Menschen, für die kirchliche Tradition ganz und gar unwichtig ist. Je länger er unterwegs ist im Leben, je länger er sich damit auseinandersetzt, umso mehr sucht er die Nähe zu Menschen, die religiös geradezu sprachlos sind. Und umso mehr zieht es ihm auch hin zu einem tätigen Christentum, was keine große Worte macht, sondern, wenn es sein muss, sich eben auch politisch einbringt. So weit ist er in diesen frühen Jahren zwischen 1928 und 1931 noch nicht. Er bereitet langsam theologisch für sich den Boden vor dafür, was dann später für ihn bestimmt wird, wie man es in der Briefe- und Gedichtesammlung aus den Jahren im Gefängnis dann entdecken kann. Aber wir ahnen die Spuren, schon in diesen Gedanken über den kleinen Ostertext aus dem ersten Korintherbrief. Wenn es nicht den ganzen Menschen meint und betrifft, dann ist der Glaube eher Spielkram und eher Verzierung. Also ist es ihm wichtig und er will es jedem von uns ins Herz schreiben. Gründe dich so auf deinen Glauben, dass er dich trägt im Leben wie im Sterben. Dass du darauf vertrauen kannst, dass Christus auferstanden ist, weil daran wirklich dein Glaube mehr noch dein Leben hängt. Nun wissen wir, dass Christus auferstanden ist, das feiern wir zu Ostern. Ostersonntag hören wir in allen Kirchen wieder den großen Osterruf, der Herr ist auferstanden. Und wir antworten darauf und stellen uns in die große Runde derer, die vor uns waren und die nach uns kommen und die sich darauf berufen und gründen seit Jahrhunderten. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Stimmengewirr Und meine Arbeit, sie liebe Öl, Denn Sonne bringt das Leben an, Was mit Tod und Umrecht ist getan, Er kann nur für dich weinen. Meine Hoffnung, meine Freude, Deine Stärkung, mein Licht, Christus, meine Sonne sieht, Auf dich ertraue ich und fürchte mich, Auf dich ertraue ich und fürchte mich. Ich bin an,